So, jetzt bin ich nochmal da, für alle auf Insta. Heute ist 3. Oktober, Feiertag, mein Feiertag Release, meines neuen Albums mit der Big Band der Bundeswehr Future. Hier oben könnt ihr es bestellen, eine ganz besondere Produktion mit dem fantastischen Martin Hutter als Gastchallist. Und ja, schlagt zu, ich freue mich, wenn ihr dabei seid, wenn es euch gefällt. Es gibt zwei Möglichkeiten, einmal könnt ihr es digital runterladen, die zweite Möglichkeit wäre digital plus eine Schallplatte. Die Schallplatte wird dann Anfang Dezember bei euch zu Hause im Briefkasten sein, so dass ihr es als Weihnachtsgeschenk haben könnt oder auch als Weihnachtsgeschenk verschenken für ganz besondere Blasmusik-Fans. Also wirklich ein toller Orange-Maus, auf das ich sehr stolz bin und viel Spaß damit. Hier geht's rein.